Dankeschön für das Tischlein Oh mein, get the medics down here! Oh, back to the head, back to the temple! That was vicious! He's just brutalizing his opponent! And the crutch has entered the match! Ne, 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 ne! Ness mit mir! Is that a guitar? Oh, the camera does even roll! Interessant! Ah, he can't turn off! Okay! Oh! Nice, Akenhagen! Okay, this has just been an audience! And again, he gets struck that object! Youtube has... We're doing tables for Nishar! Oh, that's gross! Ach, that's wrong! Ah, that's true! Oh, and did you hear the impact? Look away! That's true! The face is like the high school bully that got the cheerleader! I can't help but roof on any other face! Mh. Okay. Guck mich an, Kay. Kay. Verdammt. Ja. Ach, schade, nur den Mülleimer getroffen. Ich will, dass einer mal durch den Brennertisch fliegt. Ja. Verdammt. So. Mal mal Fincher jetzt zeigen. Ich glaube, das wird nichts mit dem Tisch. Ich glaube, das wird nichts mit dem Tisch. Ja. Hm. Nö. Ja. Ich werde mal die Sache hier. Mh. Ich will pin. Mh. 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 kommt Leute ich kann es auch nicht mitzeigen wir haben liegen was es so sein also genauer weil denn die von das mal und sie müssen so weit gewachsen ist die Option täglich so eine Technik 4 Leute ist er ist auch so ich bin auch so als das passt doch wie das auf einmal Ich hab grad 2-1-Matches an. Table Legends, Sir, Backslash, Brawl. Könnt ihr mir was vorstellen? Nee, ich glaub nicht. Ja, ich zeig mal einen Benutzer. Das ist ne gute Idee von mir. Zum Beispiel, Andrew kann bleiben. Wiederholung nach dem Match kann auch bleiben. Schwangeranzeige, mach mir mal schnell. Geiles Lied. Steakates, aus dem Käfig, und unter der Tür. Hellen Set, Elimination Chamber. Ja. Machen wir 2 von 3-4s. Das heißt, man muss dreimal... Es gibt 3 Pins, kann man das Match machen. 2 muss man gewinnen. Dann... Mach ich's nicht. Ja, Pinnung zu missen geht beides. Hier kann man ob man nur Pinn, nur Submissen, oder... Aus. Ah, das heißt, nur K.O.s gehen. Okay, interessant. Marvel Force kommt anywhere. Ja, Side Limit kann man noch einstellen. Freundes. Ich glaube, ich nehme niemals zu miss. Gegen... Ich glaube, wir können nur bei... Elimination Chamber nehmen. Ich glaube, es gab nur bei Elimination Chamber. Also... Das frühere... Unforgiven? Wem war vor Wastelmania. Ich weiß nicht, ob es Anfang gewesen war. Ja. Geh mal von der Karriere von Simis ein. Ich seh mal seinen Titel auf. Er hatte... bis jetzt... Unified Tag Team Champions hier mit John Morrison und The Miz. Well... Unified Tag Team Champions daran kann ich mich ganz erinnern. Ich weiß nur, dass Simis und Sam Morrison zweifache... WWE Tag Team Champions fahren. Genau, WWE. Simis war... ist noch zweifacher... United States Champion. Einmal undefeated Tag Team Champions. Und jetzt... WWE Champion. Ich finde es genial von... Ich finde es genial, weil Simis hat für mich die größten Sprünge gemacht. Die letzten Jahre. John Morrison war schon... immer eigentlich so das bessere Stump-Paket. Aber Simis... ist besser mitgeworden. Sein Wrestling reißt natürlich auch John Morrison ran. Er ist einfach ein Genie im Ring. Also er ist wirklich gut im Ring, John Morrison. Aber... Simis ist nicht schlecht. Ich finde ihn gut. Ich könnte ihn wahrscheinlich nicht einholen. Mit den Ring-Skills. Aber... Das muss er auch nicht. Nicht jeder kann so eine Art... Techniker-Spot-Monkey sein wie John Morrison. Ich finde, John Morrison ist ein bisschen nach Spot-Monkey. Okay, hier sehen wir gerade den Miz-Up-Off aus. Das war sein erster Finisher von Simis. Miz-Up-Off aus. Das war ein... äh... Swinging-Neck-Breaker kann man schon sagen. Ja. Kann auch aufheben. Ach schade. Wollte schon sein... Derzeit-Empfinderschaft sein. Aber gut. Äh... Ja, ich kann noch ein paar... Nein, ich finde ihn. Ein paar Trademark-Move von Simis zeigen. Zum Beispiel... Den Move, den ich sehr genial finde. Danke für uns heute für dieses Elimination-Chamber-Spektakulär. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich ein Move bringen von Echo aus. Ein... Also ein... Smooth, sondern ein... Hier. Taunt. Oder wie es... Oder... Ich kann so sein. So ein Hans-Heißen. Aber wenn eigentlich die Clause-Line zeigen, die genial ist, finde ich von Simis. Ich liebe die Clause-Line. Jetzt sehr, sehr fies da, finde ich. So... Ein bisschen Moves hier zeigen. Ja... Ach, Showmo. Hör auf damit. So... Jetzt kommt der Zweitwincher, den auch sehr geil finden, den Reality-Check. Ja... Und... Michael Cole... Sogar hier im Spiel sagt er, Ach, Simis ist geil. Es ist Cole quasi im Finality. Sein jetziger Finisher, der auch sehr genial ist. Und wenn wir etwas zeigen... Wow! Did you see that? That was unreal! Schau mal auf, Showmo. Hm... Keine Stoffelke. So... Prost, Prost. Kann noch einmal hier oben drauf... Jetzt kann ich einen Move vom Käfigdach ausführen. Das war ein Missile Dropkick. Wunderschön. Wenn er mir sowas zeigen würde, er würde sich das Genick fressen. Komm, noch einmal Reality-Check. Weil der Move einem so geil ist. Ich weiß jetzt, er ist sehr simpel, der Move, klar. Aber... Irgendwie hat das Teil... Dieser Neckbreaker sieht einfach gut aus. Ich frage mich jetzt aber gerade, was da ein zweiter Finisher hier ist. Naja, egal. Skull bei der Finality... Und Simis hat wieder einmal bewiesen, er ist besser als Joe Mohsen. Ich weiß auch, finde. Ah ja, Simis war Money in the Bank. War Money in the Bank. Ich habe noch ganz vergessen, was Joe Mohsen nie geschafft hat. Ja, hier noch ein Highlight Reel nach jedem Match. Da kann man die Signature Move Finisher Hard Moves sehen. Ja, hier ein Harder Move. Dann kommt, glaube ich, ein Signature hinterher. Ja. Match Finish. Wie das hier. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich mit der... John Cena's to Lennon beginnen. Ich hab' Wochenende. Ach... Wenn man die ganze Woche arbeitet, dann weiß man, wie sehr man das Wochenende schätzt. Naja, aber was tut man jetzt halt für ein Ausbildung, ne? Okay, ähm... Ich find's einmal Spaß mit den Videos von mir. Schreib bitte weiter. Leute, ihr seid Hammer. Jetzt ohne Scheiß, ihr seid Exklammer. Dankeschön für die vielen Kommentare, die mir schreibt, und das Wort Weg ist auf. Wer hat jetzt gleich bei John Cena Storyline? Ich werd mir jetzt noch ein paar Fragen rauspicken vor euch. Ich hoffe, ihr habt gerade einen Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar Fragen beantwortet. Das sind jetzt nicht so Wissensfragen, sondern ich bin einfach nur interessiert, wie ihr es findet manche Westing-Situationen. Ja, auf jeden Fall... Ich sage, I'm Slot and I'm awesome. Tschau!